ja hallo ich bin der vari und ich habe gerade auf dem weg hierher eine wildkamera verschickt zu migelito das ist die campag t80 ich habe diese kamera gekauft bei ebay für etwa 48 euro der migelito hat genau diesen typ kamera bei sich im repertoire schon lange und ist sehr begeistert von der video und foto qualität ich habe ja schon einiges an wildkameras getestet diese hatte ich noch nicht bei 48 euro dachte ich da schlägst du zu die kaufst du dir die probierst du aus und als ich die ausprobiert hatte habe ich festgestellt die video und foto qualität ist grausam nicht mit dem zu vergleichen was migelito zeigt daher habe ich den migelito mal angeschrieben was hältst du von einer kooperation ich würde dir diese kamera einfach mal zu schicken und du probierst sie einfach mal aus und vielleicht sogar neben deiner anderen campag t80 dass die das gleiche motiv aufnehmen kann und dann können wir vielleicht feststellen ist es ein fake handelt es sich um ein fake oder ist es ein original ich habe die kamera jetzt eingepackt habe es weg geschickt und mal gucken was was der gute migelito dazu sagt die original aufnahmen die ich bereits gemacht habe mit der kamera die hänge ich jetzt hinten dran könnt ihr euch angucken sind leider nicht viele geworden ich hatte sie nur etwa eine woche draußen zu hängen könnt ihr euch angucken könnt ihr euch selber ein bild ein bild von machen den kanal von migelito den verknüpfe ich unten in der video beschreibung könnt ihr euch mal angucken was der so so macht das war es von mir ziemlich kurzes video wir sehen uns dann im nächsten video so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020